Dass das die Hose aushält. Auch nicht schlecht. Oh, der Hecht vergrault ja jede Nacht, Digall. Ich glaube, wir müssen den Standort wechseln. Wir haben keine Pflanzen und auch keine Tiere. Und da es keine Pflanzen gibt, gibt es natürlich auch keinen Kohlen. Nicht mehr und nicht weniger. Aha. Dann fotzt mir lieber was vor. Das ist eine Warnung vom großen Meister da oben. Oh, Mann, lass uns denn die Regler da zum Schäfen. Nee, das geht nicht. Der Fick, der Fick, der Fick, der uns genau zurück ins Haus. Das geht nicht. Wir müssen schlafen. Gute Nacht, Herr Lange. Hau mal, der Fick. Oh, Verzeihung. Na, steck das nicht an. Da kannst du mal sehen, Buckelchen. Absolut tödlich, die Gase. So was muss da raus. Vorsichtig. Oh, Mann, tut das weh. Ja, ist doch schon gut, mein alter Freund. Du musst dich nicht so gehen lassen. Seine Belegung muss man besser im Griff haben, so wie ich. Siehst du? Du musst dich nicht so gehen lassen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020